Die Kieler Förde ist eine ca. 17 km lange, schmale Förde an der Ostsee, die durch Gletscherbewegungen in der letzten Eiszeit entstanden ist. Sie liegt zwischen den Landschaften Dänischer Volt im Westen und Wagrien im Osten und erstreckt sich von ihrem südlichen Ende. Der Hörn neben dem Stadtzentrum von Kiel bis zur Außenförde, die in die Kieler Bucht übergeht. An der Friedrichsorterenge ist die Förde, die einen natürlichen Tiefwasserhafen bildet. Nur ein Kilometer breit und wurde früher durch die Festung Friedrichsort gesichert, bei Kiel-Neumühlen am Ostufer mündet der Fluss Schwentine in die Förde. In Kiel-Holtenau am Westufer befinden sich die Schleusenanlagen des Nordostseekanals. Die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt verbindet die Nordsee mit der Ostsee und erspart der internationalen Schifffahrt den bis zu etwa 800 km längeren Weg um die Halbinsel Jütland durch Skagerak und Kattegat. Im Jahr 2012 passierten 34.879 Schiffe Kanal und Förde. Liste der Fördeorte Auf der Kieler Förde herrscht stets reger Schiffsverkehr, der vor allem durch Handelsschiffe, die den Nordostseekanal passieren, Auto- und Personenfähren von und nach Skandinavien, Hafenfähren und Segelbooten verursacht wird, die in den genannten Fördeorten eine hohe Dichte von Liegeplätzen vorfinden. Unter der Förde verläuft der 1368 Meter lange Fernwärmetunnel Kiel, Hafennutzung und maritimer Lebensraum der Förde. Die Kieler Förde ist durch Uferbefestigungen, Hafenanlagen und Schiffsverkehr stark vom Menschen geformt. Dennoch nutzen mindestens 30 verschiedene Fischarten die Förde als Lebensraum. Ständige Fördebewohner sind zum Beispiel der bizarre Seeskorpion und diverse Grundelarten. Dem Dorsch dient die Förde vor allem als Kinderstube. Angelockt vom Flusswasser der Schwentine kommen auf ihren Laichwanderungen Lachse, Meervorellen und Heringe in die Förde. Aufgrund der Süßwasserzuflüsse umfasst die Fauna auch salztolerante Süßwasserarten wie Flussbarsch und Hecht. Sonstiges In harten Wintern oder während Kältewellen kann die Förde zufrieren. Eisbrecher können eine Fahrene freimachen. Zum Beispiel 1995 96. und 1978 79. war die Förde zugefroren. Siehe auch Liste von Wetterereignissen in Europa. Impressionen Punkt 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 Punkt